Bei der Suche nach Produkten oder Leistungen liefern Ihnen Suchmaschinen eine Reihe von Vorschlägen. Jedoch, haben Sie schon einmal überlegt, wie diese Treffer zustande kommen und warum manche Treffer besser platziert sind als andere? Nehmen Sie als Beispiel Ihren Musterbetrieb Meine GmbH. Dieses Unternehmen wird bereits durch eine eigene Webseite vertreten. Eine Webseite ist jedoch zunächst einmal nichts anderes als eine bessere Visitenkarte, die in einem dynamischen Umfeld mit unzähligen weiteren Seiten um die besten Plätze im Wettbewerb steht. Ohne gezielte Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung wird Ihre Webseite nur in seltenen Fällen auf vorderen Platzierungen zu finden sein. Da die Dynamik des Wettbewerbs im WWW und die dauernd sich verändernden Algorithmen der Suchmaschinen wesentlichen Einfluss auf das Ranking von Internetseiten haben, gewährleistet auch eine einmalige Optimierung keinen dauerhaften Erfolg. Es kann sogar sein, dass durch falsche Maßnahmen der gegenseitige Effekt eintritt. Dem Internetauftritt als Faktor für betrieblichen Erfolg kommt jedoch eine immer zentralere Bedeutung zu. Eigenrecherche ist ein anhaltender und zunehmender Trend, der zeitgemäße Strategien erfordert. Dass sie besser gefunden werden, ist der wesentliche Anspruch der SEO-Kampagne durch Driseo. Eine nachhaltig und kompetent betreute Webseite bildet die Grundlage einer effektiven Nutzung, insbesondere dieses Wettbewerbspotenzials, welches mit Mitteln herkömmlicher Akquise bisher nicht erreichbar war. Driseo verbessert Ihre Marktpräsenz mit effektiven, speziell auf Ihren Betrieb angepassten Lösungen. Und damit Sie stets über den Fortschritt Ihrer Kampagne auf dem Laufenden sind, erhalten Sie übersichtlich gegliederte monatliche Reports. Diese geben genauestens Auskunft über alle Analysen und Maßnahmen und bilden hiermit ihr persönliches Protokoll auf Ihrem Weg zum Erfolg. Driseo – der Erfolg sucht Sie bereits. 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 Driseo – der Erfolg.